Herzlich Willkommen zu der Videogang Top Edition 3.0.0. Wie du schon erfahren hast, ist das die 300. Videogang Top Edition. Das ist speziell und deswegen habe ich selber einen Bericht erstellt über die Videogang Top Edition. Aber du siehst nicht nur Berichte von alten Zeiten, sondern wir haben auch einen Freiwilligen Award Bericht ganz am Schluss der Sendung angebracht. Das ist die 300. Videogang Top Edition. Eine runde Zahl, die gefeiert werden sollte. Das Format existiert schon seit dem September 2010, also schon ganze zwölf Jahre. Seitdem läuft die Sendung auf dem Sender Teletop, auf dem du alle zwei Wochen eine neue Ausgabe anschauen kannst. Doch die Videogang existiert schon seit dem Jahr 1996. Früher hat es diverse Senderformate der Videogang, wie z.B. Flirt, Voice, Gold Edition und Sport Edition gegeben. Das Format Videogang Top Edition hat angefangen, als sie nach kurzer Absetzung wieder ins Programm von der Teletop aufgenommen wurde. Zwischen der ersten und der jetzigen Top Edition Sendung hat es schon unzählige Moderatoren, Kameraleute, Cutter, Regisseure, Animatoren, Tontechniker, kurz Videogangstern genannt, gegeben. Alle haben auf ihre eigene Art und Weise Kreativität und Vielfalt dazu beigetragen. Dazu gab es noch unzählige Gäste und Darstellern. Durch die Chance, an den Videogang mitzumachen, haben schon viele Jugendliche, v.a. im Schulalter, profitieren und Erfahrung sammeln können. Seit Content Makers lernende Ausbilder profitieren auch sie von einer aussergewöhnlichen Lehrstelle. Sie bekommen zusätzliche Erfahrung in der Videoproduktion. Auch sie haben die Jugendsendung über die Jahre mit ihrem eigenen Charme und Humor geprägt. Hier sind nur die Namen, die seit 2010 die Videogang Top Edition geprägt haben. Nadine, Jenny, Fariba, Joel, Simon, Noah, Luca, Steffi, Manuel, Piero, Lorenz, Stefan, David, Jeremie, Roberto, Alessandro, Elias, Lucas, Tim, Jade, Dario, Kön, Latifa, Anna, Lou und Silvan. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Falls ja, ist das nicht böswillig gemeint. Und natürlich gibt es noch mich, Vivi. Wir sind auch nur Menschen, die ihre Arbeit machen und Berichte für unsere Zuschauer erstellen. Doch was passiert nach der Videogang Top Edition 3.0.0? Natürlich machen wir so weiter wie vorher. Es werden immer wieder junge, talentierte Fernsehmacher geben, weil ich alle zwei Wochen hier auf Teletop eine neue Sendung präsentieren könnte. Damit bist vielleicht auch du angesprochen. Filmst, schneidest, moderierst und animierst du gerne und willst du zum Videogang Team gehören? Dann melde dich hier. Hast du eher ein Flair für Social Media Management? Dann kannst du dich auch melden und Content für unseren Instagram und TikTok Account gestalten. Das Format KVAG ist von ein paar lustigen Videogangstern gegründet worden. Viel Spass! Okay. Überfall vorbereiten. Und zwar. Voraan, nachzuhöteren Menschen. Das ist ein schönes Tier. Es kommt zum Beispiel. Voraan, nachzuhöteren. Alle seien zwischen mir, bitte. Alle seien zwischen mir, komm. Zieg, Ziegszimmer. Jetzt. Ich will den nächsten Mal zum Abend. Ich habe nicht mehr zu einem Bier. Ich habe nicht mehr zu einem Bier. Entschuldigung, dass wir uns zu Arie versammelt haben. Ich weiss nicht, über was wir mit dir so spielen werden. Es ist gut, wenn wir einfach Platz nehmen. Ich weiß nicht, ob wir die Beziehung haben, wenn man dir das einfach gehabt hat. Also... Willkommen, meine unfähigen Gamer-Kollegen. Tesseli, hoi, hoi, hoi. Hans Pauli. Bitte, ich habe absolut gar keinen Bock auf das jetzt. Hey, das ist mein Satz. Flatt, die Sätze können nicht als Individuum machen werden. Du bist dumm, Jekki. Du fliehst eigentlich richtig. Es ist jetzt mal ruhig, etwas Wichtiges. Kann. Er ist depressiv. So wie immer. Nein, nein, nein. Heute ist es ein spezielles Depressiv. Heute ist es so inkomentabel. Kev. Was ist denn los? Du siehst wirklich inkomentabel aus. Gar nicht. Er vermisst Ehefrau. Komm, komm. Ich habe dir versprochen, ich gebe sie dir morgen wieder zurück. Nein, nein, nein. Es ist nicht Ehefrau. Was? Ich putze. Und vor allem deine Frau. Also, ich bin depressiv, weil wir ein bisschen im Verzug mit der Miete sind. Wir alle wissen nicht so viel Geld. Wir werden wahrscheinlich Bankraut gehen. Ich weiss nicht, wie es passiert ist. Ich weiss wirklich nicht. Ich gehe jetzt. Nein. Nein. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Nein. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Äh. Dürfte ich noch ein Slogan dazu haben? Ähm. Wieviel sind wir dann im Verzug mit der Miete? Äh. Eins, zwei, fünfzehn. Äh. 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 Ja. In diesen 15 Tagen können wir auch etwas Geld machen. Zum Beispiel so Kaffeebohnen dieben oder so etwas. Keine Ahnung. Oder mit Logos. Ja. 15 Jahre. Wieviel Geld haben wir denn noch? Ja, das schaue ich gerade nach. Kannst du dann auch noch schauen, was diese Boneten ausgegangen sind? Da stehen einige interessante Zahlungen drauf. Ja, ja. Äh. Es hat noch ein Logo dazu kommen. Das Logo. Zeige. Die Zahl. Also. Hans Pauli hat das Meet & Greet mit Matthias Sembach organisiert. Aber es ist keiner gekommen. Es ist nochmal der Matthias Sembach gekommen. Ja, ich lese es schon. Ja. Super, super. Hat mich gefallen. Hat mich gefallen. Der Rougeirot hat das Logo von einem Blatt Papier gekauft. Und das hat sogar ganze 5 Franken gekostet. Äh. Tolle Investition. Ich habe das Logo gesehen. Du bist weird. Weird. Ein sehr gutes Stichwort. Ähm. Ich werde dann nächstes Mal das Logo bekommen. Es ist schon im Plan. Mein Logo sollte sehr extraordinär sein. Ähm. Ich heisse nicht Garten oder Blumen. Ich muss es mal weggeben. Das habe ich nicht mal gesagt. Also bitte sind ruhig. Der Vlad hat die Telefonmiete ein bisschen übertroffen. Aber das ist wichtig. Ich habe jetzt mal alle im Mauer. Ich habe gerade den Deal 20 Krabben für 3 Tonnen. Okay? Ich habe jetzt mal alle im Mauer. Ja, das ist gut. Okay. Nein. Nein, nein, nein. Nicht Murat. Ähm. 20 Krabben. Die sollten dann langen, oder? Hä? Keine Ahnung wie. Aber wenn du eine Lösung hättest. Pff. Gut. Das heißt es langen. Oh, 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 oh. Also weiter. Kevin, du hast ein Monatsabo von einem Mathejournal eröffnet. Warum klaust du die Mathejournal nicht einfach von Hans Pauli? Weil das sind nicht die Regeln der Welt. Es muss alles legal und gut gemacht werden. Okay? Nein, 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 nein. Ah ja. Aber es ist natürlich sehr legal, für 5 Abende pro Jahr bei der KvG zu arbeiten. Hey, Juan. Das sind Lügen. Das stimmt nicht. Wir arbeiten nämlich nicht. Okay? Also. Greg. Der hat eine Schachtel gekauft. Ich muss ja irgendwo schlafen, oder? Ach, Gregi. Du kannst doch in deinem Ecken nächtigen. Juan hat Putzmittel gekauft. Ja. Putzen macht er trotzdem nicht. Amigo, ich putze deine Velos. Ist trotzdem dreckig. Und ich habe eine Ehefrau gekauft. Äh, hat sie ein Logo? Was ist denn ihr kein spinnografischer wunderprächtigen Namen? Haha. Fragst du mich gleich ernsthaft, wie meine Ehefrau heisst? Haha. Ja. Ja. Ja, sie heisst, äh. Ähm. Also. Machen wir weiter. Eben, Mamu. Ich bin am Dealen. Äh, Entschuldigung. Was hat denn, äh, der Benny gekauft? Ich habe gar nicht gepostet. Ich habe einfach Kaffeemaschine zu mir genommen. Ganz einfach. Äh, ey. Das kannst du auch machen. Es ist ruhig, so plan Sie nicht auf der Welt! Ich bin ein Zeilo. Ich habe dann keine Maschine und ich würde mich nehmen. Es gibt keinen Maschine und wenn ich dich nicht mehr kann. Es ist eine Maschine. Es ist ein Militär, das ist eine Maschine. Es gibt keinen Maschine. Nein. Ich brauche denen. Da wird nicht mehr blöde. Es ist ein Militär. Es ist ein Militär. Ich brauche es nicht. Es ist ein Entdeing. Oh no. Genau. Saluteli Wop! Ah, hoi Hans Puli. Wieso kennen die Räume? Der Böbeli! Nein, nein, das ist mit dem fotografischen Fahrgleich. Das sind 1934. Hoi Böbeli, joi. Genau, genau, genau. Also, raus jetzt, komm. Er ist auch noch Vermieter, aber jetzt, weil sie den Hans Pauli kennen, darfst du mir da drin bleiben? Nein. Haben Sie Lust auf ein adäquats, furchtiv, flüssendes, unannullierbares und charismatisches Gurkis-Erlebnis im veganen Garten vom berühmt-berüchtigten, expliziten, kennspolitografischen Roger Roth? Dann geben Sie uns jetzt Geld. Weil, ähm, wir brauchen Geld. Und ein Logo. Geld? Ah, nein, ähm. Du willst auch drei Velo? Ich gebe dir zwei Rappen, drei Velo. Ich deal auch Velo. Und dafür, wenn du mir ein Velo gibst, Und dafür, wenn du ein Velo mir gibst, gebe ich dir Dario Linke. Dario Linke sieht so aus. Ähm, Ähm, Du kannst schon anfangen, gell? Hallo. Mein Name ist Benni. Ähm, Ist es gut? Ähm, Nächst? Wolltest du den Matthias Sembach Güksel gehören und anlangen? Der kommt als Meet & Greet in Gurtnäle. Organisiert von Hans, von Uli Sembach. Von Sembach. Für Sembach. Jetzt hörst du mir aber zu. Es gibt eine Regle. Es gibt aber eine Regle. Denn, wenn ich noch einen verwitsche von euren Ausbringungen, der mit Matthias Sembach flirten würde, dann ist es vorbei. Dann gibt es ein Fulldetail links und ein Fulldetail rechts. Ich, nein. Das ist... Wir können... Es muss alles eingehalten werden. Können wir da mit Fallisch auch essen? Äh, nein. Du liebst Lohle Duk und willst dich nicht nur online sondern auch offline angeüxeln? Dann komm als Meet & Greet in Gurtnäle. Kevin, Kevin. Eglisell. Eglisell? Ja, Eglisell. Dann komm als Meet & Greet in Gurtnäle. Dann mein Haus ist auch dein Haus, weisst du? Mein Haus, dein Haus! Dann kannst du die grössten Gangster-Lapper in der Geschichte kennenlernen. Ja, warum, warum? Du willst dich anmelden? Kein Problem. Leute an unter 079 079 79 Ja, noch 2. Dann suchen sie noch ein paar Cola-Morationen, weisst du? Mit Cola und so. Da kann man sicher noch ein paar Millionen Kombinationen machen, weisst du, ja? Also, komm mal als Meet & Greet in Gurknäle. Kevin! Eglisell. Komm mal als Meet & Greet in Gurknäle. Da, 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 da! Ich geh jetzt weiter, ja. Kef, 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 haben wir schon einen Gewinn gemacht, mach mit uns, äh, Werbeaktionen da. Ja, jemand hat ein Logo gekauft für 3 Franken. Ja, ja, und das bin ich quasi, ja. Warum wundert du mich das nicht? Also, alle hinsitzen, alle hinsitzen. Also, Leute, wir müssen einen Schlafplatz suchen. Also, wir teilen unsere zwei Gruppen auf. Blan, du kommst mit mir. Kanemamu! Ich bin der Chef. Hans-Pauli und Kevin. Benny und Greg. Und Rogero, du gehst mit Juan. Ja. Ja. Logo. Ist gut. Also, teilen wir uns auf und gehen hier den Platz suchen. Und dann rufen wir einander an, wenn wir etwas gefunden haben. Ist das ok? Ok, Ref. Ja, cool. Kämie, kämie. Hast du deine Kappe? Ich habe... Ich habe einen Scheiß. Ich musste verkaufen. Ich musste jemandem in Sarab. Ich musste verkaufen. Ja, aber weisst du, Lars. Ich habe in dir schon immer das Potential gesehen. Wirklich, du bist einer meiner besten Mitarbeiter. Nein, sogar der beste Mitarbeiter. Du hast immer gut gamen. Du machst das alles super. Wirklich, ich finde das saukras von dir. Wirklich, immer dein Einsatz. Das ist alles. Wirklich das Potential. Kann ich wissen, was ich muss? Ich bin von Ort gekommen. Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Vielo. Vielo. Vielo? Das ist perfekt. Das ist ein Velo-Abstellraum. Ja. Da können wir schlafen und Vielos teilen. Gleichzeitig. Auch dieses Jahr hat wieder der Freiwilligen Award in Wangenbreutiselle stattgefunden. Dieses Jahr gab es sogar ganze drei Gewinner. Und wieso und was sie genau gewonnen haben, das siehst du im nächsten Bericht. Als Zeichen der Wertschätzung für die kostbare soziale Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer organisiert die Gemeinde Wangenbreutiselle jedes Jahr den sogenannten Freiwilligen Award. Eine Jury hat die schwierige Aufgabe, unter allen vorgeschlagenen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde zwei Sieger zu gehören. Auch dieses Jahr hatten die Lernenden von den Content Makers die Ehre, den Anlass zu moderieren. Die Preise, die die Finalistinnen bekommen, sind wie jedes Jahr Kunstwerke, die von den Künstlerinnen und Künstlern aus der Gemeinde Wangenbreutiselle gestellt werden. Dieses Jahr sind die Gemälde von der Esther Vollenweide. Der Gemeinderat René Zimmermann verkündet die Sieger vom Freiwilligen Award 2021. Eva-Alain Weisse. Sie sind die jüngsten Gewinnerinnen in der Geschichte des Wangenbreutiselle Freiwilligen Award. Überreicht worden ist der Preis der Gemeindepräsidentin Marlies Dürst. Schon seit zwei Jahren im Volk setzen sich die zwei Schwestern für die UNICEF-Sternenwoche ein. Sie haben zum Beispiel im letzten Jahr zwei Kinovorführungen im Schulhaus Steinacher organisiert. Der ganze Erlös aus diesen unternehmerischen Aktivitäten kommt vollumfänglich der UNICEF-Sternenwoche zugut. UNICEF-Sternenwoche sammelt übrigens für Kinder in Not. Bevor es zum Lifetime Award geht, haben Anna und Nathalie noch eine musikalische Darbietung geboten. UNICEF-Sternenwoche UNICEF-Sternenwoche Für ein langjähriges Engagement in der Gemeinde Wangenbreutiselle wurde dieses Jahr auszeichnet. Wenn man das will, freue ich mich ganz besonders. Danke sehr. Sie ist unter anderem seit vielen Jahren Präsidentin vom Turnverein Wangen-Brütisele. Nachdem die Namen der Finalistinnen auf den Erinnerungsstelle enthüllt wurden, gibt es noch ein Gruppenfoto und anschliessend kann endlich das Buffet gestürmt werden. Das war es mit der Videogang Top Edition 3.0.0. Wenn du weiteren Content von uns sehen willst, dann schau doch auf unseren Instagram- und TikTok-Kanal vorbei. Die nächste Videogang-Sendung, nämlich die Videogang Top Edition 3.0.1, siehst du am 6. Mai hier auf Teletop. Ciao! 10 auf Teletop. Teletop. Untertitelung des ZDF für funk, 2017